Ja, 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 jawoll, nimm das und das, ja, ja, kurze Auszeit, okay, steh uns bei, Feuer, Eis, Donner, Heilung, Herkommen, Schutz, Licht, auf geht's, hier lang. Donald, Goofy, Ping, Mulan, Beast, Auron, Captain, Jack, Aladdin, Simba, Tron, Riku, Donald, Goofy, jawoll, nimm das und das, ja, ja, kurze Auszeit, okay, steh uns bei, Feuer, Eis, Donner, Heilung, Herkommen, Schutz, Licht, auf geht's. Hä? Ja. Hey, alles in Ordnung? Was ist passiert? Ja, das hättet ihr doch gar nicht tun müssen. Du hast recht. Stimmt, Kairi ist jetzt auch eure Freundin. Ein anderes Twilight Town? Was meinst du damit? Ähm, tut es das? Na klar! Und wir wissen jetzt, wo Kairi ist. Ich bin mir sicher, wir irren uns nicht. Jemand hat uns einen Hinweis gegeben. Das war nur so ein Gefühl. Heißt das, Riku geht es gut? Ich hab lange genug gewartet. Sagt mir, was ihr wisst. Aber warum nicht, eure Majestät? Ihr habt Riku etwas versprochen? Dann geht es ihm gut und ich kann ihn wiedersehen. Mein bester Freund. Genau, gehen wir. Kairi, Riku, wir kommen. Gefunden! Hm. Ja, dass du aufgegessen hast. Dann los. Mach ich. Sind wir wieder da, wo wir waren? Das ist das andere Twilight Town. Roxas Twilight Town. Da. Wo sind wir hier? Riku! Kairi! Es hat keinen Sinn. Warum? Alles in Ordnung? Lasst uns in Ruhe! Und, bereust du es etwa bereits? Wahnsinn! Du... löst dich auf. Wenn wir sie finden, kannst du ihr das selber sagen. Axel, was hattest du eigentlich vor? Axel. Hier lang also. Wo bin ich? Wer bist du? Du weißt meinen Namen nicht mehr? Vielen Dank, Kairi. Na schön, ich kann dir ja einen Hinweis geben. Er beginnt mit einem S. Wer ist er? Donald! Goofy! Du meinst, wir haben geschlafen? Mal sehen. Wir haben Ansem besiegt? Den Frieden wiederhergestellt? Kairi getroffen? Oh ja, und dann haben wir wieder nach Riku gesucht. Kommt das so in etwa hin? Wisst ihr, ich glaube, ich war schon mal in dieser Stadt. Ähm... Wahrscheinlich habe ich mir das nur eingebildet. Äh, nichts. Wir haben uns nur gefragt, was hier hinten ist. Was? Aufsatz? Hallo. Wo habt ihr ihn gesehen? Am Bahnhof, danke. Ja, auf zum Bahnhof. Der König? War das wirklich der König? Der König blieb im Reich der Dunkelheit zurück, stimmt's? Aber wir haben ihn gerade gesehen. Und wenn der König hier ist, dann ist es Riku bestimmt auch. Also, ich gehe Riku suchen. Dann können er und ich zur Insel zurück. Zur Insel, auf der Kairi auf uns wartet. Was macht ihr beiden jetzt? Eure Gesichter! Na, was meint ihr? Gehen wir noch einmal zusammen auf große Reise? Super! Und wohin zuerst? So war's! Na los! Hä? Was gibt's? Oh! Echt? Danke! Okay! Drei Fahrkarten bitte! Wiedersehen! Absolut! Wieso fragst du? Hä? Ja, weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Klar, bis bald! Wisst ihr, ich... bin traurig. Äh... Streit? Wir haben nicht vor, uns zu streiten. Mann, was für ein Idiot! Sora! Ich hab das Gefühl, dass wir diese Stadt nicht mehr wiedersehen. Ja, du hast recht. Los, auf geht's! Und weg ist er. Ihr kennt ihn? Malefiz, hm? Die gibt's nicht mehr. Nun, das könnte schon sein, ja. Sag mal, mächtiger Carlo, wer lebt eigentlich in diesem Turm? Wow, klingt sehr mächtig. Dann herrscht in den Welten also gar kein Frieden? Tag auch! Heißt das, wir müssen wieder einer Reise antreten? Ich hatte vor, mein Freund Riku zu finden, damit wir zu den Inseln zurückkehren können. Ich bin... Der Schlüssel? Aber wie kommt es, dass die Herzlosen noch immer ihr Unwesen treiben? Niemande. Es gibt sie gar nicht. Organisation 13. Dann sollten wir doch zuerst den König finden. Ja, und der König weiß sicher auch, wo Riku steckt. Denn die beiden blieben zusammen im Reich der Dunkelheit zurück, als wir die Tür schlossen, nachdem wir Ansem besiegt hatten. Tja, scheint so. Wir, Riku und der König. Es ist mir egal, wer diese Organisation ist oder was sie plant. Wir sind zu fünft, äh, zu sechst, meine ich, und haben nichts zu befürchten, oder? Mensch, könntet ihr euch endlich mal entscheiden? Oh! Gut, ich werde mir Mühe geben. Vielen Dank! Seid ihr Jungs bereit? Unsere Herzen sind verbunden. Verstanden! Na dann, auf geht's! Das ist unser Stichwort! Ab hier übernehmen wir! Mir doch egal! Keine sehr organisierte Organisation. Danke für die freundliche Warnung, der Herr. Aber keine Sorge, wir können schon selber auf uns aufpassen. Springen wir gleich nach ihm rein. Ich bin mir nicht sicher, aber vielleicht gelangen wir so in die Welt der Organisation. Was? Hey, warte! Was meinte er mit, wie Riku enden? Riku. Danke, aber wir brauchen das nicht. Äh, Pence, oder? Ka-Kairi? Na klar doch! Sagt schon, woher kennt ihr denn Kairi? Kairi war wirklich hier? Sag mir, wo sie ist! Was? Kairi? Aber ihr könnt doch nichts dafür, also kein Grund hier Trübsal zu blasen. Reicht schon, wenn ich das tue. Ich muss Kairi retten! Hm? Was? Ein neuer Pfad liegt vor uns und Kairi und Riku erwarten uns irgendwo unterwegs. Ganz sicher. Das ist Hollow Bastion! Oh! Yuffi! Was hast du erwartet? Du siehst aber auch gut aus. Sag, Yuffi, hast du den König und Riku gesehen? Auch wenn wir uns nicht wiedersehen, vergessen werden wir einander nie. Was denn? Ihr habt euch erinnert? Moment, heißt das, ihr hattet uns vergessen? Äh, also, wir sind auf der Suche nach Riku und dem König. Habt ihr sie gesehen? Verstehe. Alles klar, danke. Du meinst wohl die Niemande und die Herzlosen? Klingt nach einem Fall für uns. Da sagen wir nicht nein. Geht klar. Hallo Bastion wie der Aufbau-Komitee-Ehrenmitglied. Hey, danke, Leo. Oh nein, wir sollten ihm doch in den Außenhof folgen. Oh. Überlass die uns. Da ist dieser Carlo, der die Herzlosen für irgendwelche dunklen Zwecke einsetzt. Aber zum Glück ist er nicht nur finster, sondern auch dumm wie die Nacht. Unsere Hauptsorge gilt also. Wer ist da? Zeigt euch! Schön, dann tragen wir es aus. Du störst. Aus dem Weg, hab ich gesagt. Ha, an der Seitenlinie rumstehen und die Niemande für sich kämpfen lassen, aber den Starken markieren. Dann heul doch. Erinnern? Du glaubst wohl, du könntest mich aus der Fassung bringen mit deinem wirren Geschwätz. Das war schräg. Wer hat ihn auch immer so angesehen? Ja, du hast recht. Ich bin ich. Das Holo-Bestien-Wiederaufbau-Komitee-Ehrenmitglied. Oh? 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 Ah, jetzt verstehe ich. Das ist eines der Tore, von denen Jens Siet sprach. Tut uns leid, Leon. Aber andere Welten warten auf uns. Man sieht sich. Oh, glaubt ihr? Kommt, wir sehen mal nach den anderen. Oh, Cloud? Wessen? Machen wir. Wie sieht er aus? Alles klar. Also dann. Bis bald, Cloud. Also... Ganz bestimmt. Ich bin mir sicher, in ihm ist noch genug Licht. Die haben gerade beim Seiteneingang des Schlosses zu tun. Hä? Ansem. Hallo? Nicht zu verzeihen, die Dame. Leon! Ist er das? Wo ist Kairi? Wo ist Riku? Oh. Entschuldige. Ich hab mich wohl gehen lassen. Wer ist da? Schön. Und wo bist du? Donald! Was? Was ist das für ein Gekritzel? Oh! D. T. D. Sieh dir das an. Das muss der Datenspeicher sein. D. E.T.D. Die Abkürzung für Door to Darkness. Eure Majestät! Der König! Hurra! Mit diesem Kennwort bekommen wir Zugang zu Anzems Forschungsdaten. Jetzt lasst die Späße, Eure Majestät. Wir haben Ansem damals besiegt, das wisst ihr. Majestät! Fangt doch vielleicht damit an. Ja! Wir auch! So, das wäre geschafft. Tron, viel Glück. Klarer Fall, wir greifen auf den DTD-Bereich zu. Sora! Und? Willst du nicht zuerst die Daten prüfen? War nicht einfach an sie ranzukommen. Drängel nicht, ich mach das schon. Seht mal, da tut sich was. Riku und Kairi. Oh nein! Nicht mal Anzems Computer weiß was über sie. Was ist das? Blöder Computer! Wer ist das denn? Oh, Eure Majestät! Wir haben nur dieses Bild von einem Typen, den wir nicht kennen. Ihr macht euch wieder lustig über uns. Kommt doch bitte mal kurz mit, Majestät. Seht her, das ist Ansem. Der Typ, den wir unter allergrößten Mühen besiegt haben. Ihr meint... Was? Der ganze Ärger nur um einen Schwindler zu besiegen? Sag bloß, da ist noch mehr. Ich komm ja jetzt schon kaum noch mit. Was? Und, wo habt ihr ihn getroffen? Du... Du bist an allem schuld. Wegen dir sind Riku und Kairi. Oh, Eure Majestät. Wisst ihr, wo Riku ist? Wirklich Eure Majestät? Seid ihr sicher? Und was ist mit Kairi? Die Organisation 13 hat sie vielleicht entführt. Was war das? Sie hat wohl die Flucht ergriffen. Also, wenn ihr jemandes Partei ergreifen wollt, warum nicht Leons? Er und die anderen können Hilfe gebrauchen. Wer seid ihr? Hatte Leon denn wirklich irgendwelche Schätze? Wir haben keine Zeit für euch! Wow! Was hast du mit ihm vor? Er sagte, er hat mit dir noch eine Rechnung offen. Wir helfen euch! Alles klar! Wow! Oh! Leon! Leute! Haltet durch! Aber Leon und die anderen sind auch Freunde! Aber... Ich hab's Leon versprochen! Riku! Kairi! Wartet noch eine Weile, ja? Moment mal, ihr beiden! Alles klar! Entschuldigt, Eure Majestät! Hatten wir nicht in der Unterwelt bereits das Vergnügen? Wie kommt ein Feigling wie du in die Organisation 13? Ich wette, du kannst nicht mal kämpfen! Der hat sie doch nicht mehr alle! Stimmt! Keine Herzen! Noch jemand aus der Organisation, der der Nächste sein will? Oh, tut mir leid! Ja, Eure Majestät! Dufi! Mach die Augen auf! Das kann doch nicht wahr sein! Das darf es nicht! Bitte nicht! Ja, mir geht's gut, aber... Goofy! Was ist mit ihnen? Der Anführer der Organisation 13! Kommt! Ihr stört! Ja! Wo ist der König? Dann los! Raus mit der Sprache, niemand! Wo ist Kairi? Wo ist Riku? Er ist weg! Du! Du bist der Entführer von Kairi! Wo ist Kairi? Bitte! Du musst es mir sagen! Das ist mir alles völlig egal! Lass mich einfach in das Reich der Dunkelheit, ja? Bring mich zu ihr! Wichtiger als alles andere! Bitte! Du Elender! Du Elender! Malefiz, nein! Nicht noch mehr, Herzlose! Oh nein! Malefiz! Malefiz! Von dir nehme ich keine Befehle an! Aber was ist mit... Hä? Auf wessen Seite kämpft ihr eigentlich? Nein! Die Herzen! Vielleicht war ja alles, all unsere Bemühungen umsonst! Was soll ich denn tun, wenn ich das Schlüsselschwert nicht einsetzen kann? Hä? Hä? Und wie lösen wir das? Sehen wir aus, als hätten wir welche? Das soll wohl ein Witz sein! Entschuldigt, dass wir euch reingelegt haben, aber... Vielleicht war ja alles, all unsere Bemühungen umsonst! Was soll ich denn tun, wenn ich das Schlüsselschwert nicht einsetzen kann? Hä? Das muss das Reich der Dunkelheit sein! Kairi! Riku! Roxas! Nein, der Name kam mir nur gerade in den Sinn, dass das... Roxas ist! Noch nicht! Ich muss erst Kairi suchen! Wie sieht's hier aus? Dabei hat er uns versprochen, wir sehen ihn wieder! Tron! Ja! Und wie ist das? Ja? Moment mal! Ich dachte, hier wäre alles unter Kontrolle! Wieder die Organisation 13? Wir sollten mit Leon sprechen! Wir sind bald bei dir, Tron! Keine Ahnung! Und was, wenn dem so ist? Na, was sagst du jetzt? Kann schon sein! Cloud, du schaffst es! Vorsicht! Hä? Sie sind irgendwo anders! Cloud hat einen großen Kampf auszutragen! Er muss die Dunkelheit in sich besiegen! Und was machst du jetzt? Weißt du schon wo? Warte! Wann haben wir dir denn geholfen? Jemand zu Hause? Wirklich? Obwohl was passiert ist? Kommt! Was ist denn passiert? Puhs Bilderbuch! Wie's Puh und den anderen wohl geht? Ja! Lass dir ne Ausrede einfallen! Donald? Oh, hey! Ob es unversehrt ist? Okay! Puh! Kommt, den schnappen wir uns! Hey Mushu! Hast du uns vergessen? So ähnlich! Und? Wer bist du? Ihr zwei seid Freunde? Hm, klingt fair! Was meinst du mit auffallen? Oh? Du bist ein Mädchen? Ich nicht! Was war das gerade? Hey, nicht vordrängeln! Oh! Jetzt reicht's! Du hast mich geschlagen! Auf wessen Seite stehst du? Ich hab grad Prügel bezogen! Herzlose! Ping, hoffentlich bist du bereit! Langsam, Hauptmann! Shan Yu und die Herzlosen haben das getan, nicht wir! Wir kümmern uns um die Bösewichte, ihr findet die Dorfbewohner, Hauptmann! Gehen wir! Hauptmann? Ping! Hauptmann! Aber Hauptmann! Ach, kein Problem! Also Ping! Ähm, ich meine Mulan! Was hast du denn jetzt vor? Locker bleiben! Wir nehmen einen Teil der Schuld auf uns! Er lebt! Aber sie sagt die Wahrheit! Hauptmann! Wir sichern den Hof und ihr, ihr rettet den Kaiser! Ein für allemal! Wir haben's ja kapiert! Oh, wow, 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 ja, klasse! Ja! Ende gut, alles gut! Du hast uns angeschwindelt! Hä? Dürfen wir wieder zu Besuch kommen? Seid nett zueinander! Warte! Mulan, wir können jetzt nicht reden! Wir müssen diesen Kerl schnappen! Der Typ in schwarz! Okay, schön der Reihe nach! Hey du, hör auf, hier rumzuschleichen! Dieser Kerl! Nein! Warum sollte er? Riku? Nein, er ist weg! Nun ja, und jetzt? Na gut! Aufmachen! Riku? Na gut gemacht! Nun... Ihr sagtet, ein Mann in schwarz hätte euch aufgesucht. Was hat er gesagt? Ja. Habt ihr das? Dann war's also, Riku! Keine Ahnung. Aber endlich weiß ich, dass es ihm gut geht. Das reicht mir erstmal. Hey, was ist das für ein Ort? Wer hier wohl wohnt? Klar, das ist das Biest! Da! Jetzt reicht's aber langsam. Gerade recht! Also bei den vielen Herzlosen hier muss doch was faul sein. Scht! Äh, Donald! Hi! Hier muss es sein. Hier ist niemand. Ja, Bell bat uns, euch zu suchen. Wow! Ich bin Sora. Donald. Goofy. Oh! Schön, dass euch nichts fehlt. Hallo, Prinz! Oh! Mit wem hast du da vorhin gesprochen? Dieser Mann in schwarz. Davon hat sie aber kein Wort erwähnt. Warum redest du nicht einfach mit ihr? Keine Ausflüchte. Komm, wir begleiten dich. Oh! Gewonnen! Pah! Er muss von der Organisation 13 sein. Schon von den Niemanden gehört? Wird eine charakterstarke Person in den Herzlosen verwandelt, entsteht dabei auch ein Niemand. Und die Organisation hat die Kontrolle über jeden dieser Niemande. Wie meinst du das? Echt? Meint ihr, er kriegt das hin? Ich hoffe, ihr habt recht. Ja. Hört ihr irgendwas von Riku, dem König, den Herzlosen, der Organisation, was es auch ist, gebt uns Bescheid. Okay, wir müssen los. Donald! Die Organisation! Biest, wir müssen zuerst diese Stirnfriede loswerden. Hey, was ist denn los mit dir? Ach, die Rose, hat er sie mitgenommen? Das ist nicht fair, Biest. Lass es nicht an Belle aus. Sie hat sie doch nicht gestohlen. Du musst dich nicht entschuldigen. Ja. Keine Sorge, Belle, überlass das uns. Wenn wir seine Rose wiederfinden, beruhigt er sich schon. Hey, Biest! Du wirst mir jetzt zuhören. Vor einem Jahr warst du furchtlos und wärst gestorben, um Belle zu retten. Weißt du das denn nicht mehr, wie sehr du uns damit Mut gemacht hast? Hm, aber vielleicht hättest du welchen für dich aufheben sollen. Ich meine, willst du wirklich dein Glück wegwerfen? Die Rose ist deine ganze Hoffnung, oder? Nun, sie ist auch die einzige Hoffnung für von Unruh und die anderen. Lass also deine letzte Chance nicht verstreichen. Weißt du noch, wie es war, als Belle noch nicht hier lebte? Siehst du, du darfst nicht aufgeben. Nicht jetzt. Was? Was wollt ihr Kerle eigentlich wirklich? Schnell! Gut gemacht, Belle! Sag es! Hey, habt ihr Bels Gesicht gesehen, als sie sich die Rose geschnappt hat? Na und wie! Hä? Knapp daneben, aber nicht vorbei. Herzlose! Ich bin Zora und das hier sind Donald und Goofy. Wir wollten nur mal schauen, wie es Herkules so geht. Ja. Bitte? Hades, zeig dich! Steh auf! Ich fühle mich so kraftlos. Aber wir müssen mit Hades reden! Hä? Du bist echt stark. Bist du sowas wie ein Held? Ja? Ich bin Zora. Leibfächter? Danke, brauchen wir nicht. Komm schon! Geh auf! Ja, ich glaub schon. Bäh! Hi, Herk! Das Übliche, wir suchen unsere Freunde, vermöbeln Herzlose. Du sagst es! Ja, siehst gut aus, Phil. Tja, äh... Ach ja? Hades, wir müssen reden! Du meinst, du lässt sie absichtlich frei? Du kümmerst dich um die Hydra. Wir um Meg und das Medaillon. Wie bitte? Hör mal, äh, was willst du eigentlich? Du bist echt seltsam. Oh! Oh, der Typ spinnt doch. Los jetzt, Meg braucht unsere Hilfe. Wir kommen! Das werden wir ja sehen. Es sind zu viele. Und was ist mit dir? Er schafft das schon. Dann helfen wir ihm eben. Phil hat recht. Mach dich also nicht selbst nieder. Ja. Hm. Sie hat recht. Gönn dir mal eine Pause. Ach, fast schon gut. Ruf uns, wenn Hades oder die Herzlosen wieder Ärger machen. Wir regeln das. Diskutieren wir das ein andermal, äh, wir müssen weiter. Also, wir müssen los. Fast hätte ich's vergessen. Das Medaillon des Olymp. Herkules, geht's dir inzwischen besser? Das könnte dir so passen. Du Fiesling! Was ist mit Auron los? Er verhält sich ja so komisch. Damit kontrolliert er also Auron. Auron steckt in Schwierigkeiten. Hades hat ihn einer Gehirnwäsche unterzogen. Klar, schon unterwegs. Aber, da ist sie. Aaaaaah! Jetzt verstehe ich. Das fehlt jetzt in Aurons Herzen. Ja, aber letztlich ist es wohl das, was ihn so stark gemacht hat. Niemande! Wo kommen die denn her? Unverhoffter Beistand, aber nicht unwillkommen. Auron! Nein! Auron! Wirklich, ein fairer Kampf. Wir setzen deinem Treiben jetzt ein Ende. Wir können nicht gewinnen. Aber keine verrückten Aktionen mehr. Ja, du hast es verdient, Auron. Nach allem, was du durchgemacht haben musst. Nicht nötig. Ich meinte, ein bisschen, dann kann ja nicht schaden. Was soll das denn heißen? Ach, weißt du... Ihr beiden kommt offensichtlich ganz gut ohne uns klar. Eure Körpersprache ist eindeutig. Richtig. Ja, komm schon, Phil. Wie sieht's diesmal aus, ha? Okay, okay, wir haben's kapiert. Wirklich? Phil! Geschafft! Jawohl! Das ist euer Schloss? Bestimmt schön, wieder daheim zu sein. Oder? Ist der König hier? Wisst ihr, wo er ist? Ah, keine Sorge, um die kümmern wir uns. Ja. Na gut, das hat Vorrang. Machen wir. Ich geb allen Bescheid. Okay, dann geh ich mit der Königin mit. Äh, in den Audienzer, nicht wahr, Madame? Ich mach das. Oh, jetzt gönnt mir doch mal ne Pause. Hä? Wahnsinn! Der Eckstein des Lichts? Das glaub ich nicht. So eine Hexe. Hä? Ja, auf geht's. Was ist das? Los, schnappen wir in uns. Alles klar. Was soll das heißen? Hä? Hier? Hier? Ja? Ja? Ah! Äh, äh, äh. Wer? Ach so? Äh, 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 äh. Hä? Daisy Lion's Donald bitte noch für ein Weilchen, ja? Äh, sicher. Bitte sag dem König, dass wir ihn noch immer suchen. Äh! Was ist denn hier los? Alles ist schwarz-weiß. Warum? Warst du denn schon mal hier? Und schon haben wir unseren Schurken. Genau, erraten. Hier geblieben. Lass die Scharade. Das glaube ich langsam auch. Er hat noch nicht einmal Herzlose gerufen. Ge-geht klar. Los, wir müssen ihm helfen. Los, er braucht unsere Hilfe. Uuh. Feuer! Das wäre geschafft. Die Stadt ist geschrumpft. Hey, schaut euch die Spielzeugkanonen an. Ob er uns wohl etwas sagen will? Was will er uns wohl sagen? Hey, da sind Herzlose. Mann, was für ein Schreck. Was bauen die hier? Hä? Herzlose, war ja klar. Ihr habt uns gerettet. Danke, eure Majestät. Los, schnappen wir uns die Herzlosen. Ein Kinderspiel. Es war also doch Carlo. Puh. Dieser Carlo, den wir hier getroffen haben, war zwar ein Raubein, aber sicher kein Bösewicht. Ja, das ist unser Carlo. Der Eckstein ist weg. Hey, stehen bleiben. Oh, ganz schön kompliziert. Ihm nach. Geschafft. Donald, den holen wir uns später. Probier's doch mal mit uns. Ja, ich weiß. Hallo, dieser Typ warst du aus der Zukunft. Ah, dann sollten wir zurückgehen. Donald? Äh, hallo. Sieht wohl ganz so aus. König Triton? Nein, alles in Ordnung. Kein Herzloser, weit und breit. Komm, wir müssen weiterproben. Ariel! Wir müssen dir unbedingt was zeigen. Ist ne ziemlich hübsche Statue, was? Ariel, also wir helfen dir gern, weißt du? Das sagt der Richtige. Äh, Ariel! Aufhören! Äh! Oh nein! So kann sie nicht atmen! Hey! Wo ist Sebastian? Wenn König Triton herausfindet, was passiert ist, gibt's Ärger. Erst recht, weil wir ihm nichts gesagt haben. Und wie läuft's bei Ariel? Sie hat nur bis zum Sonnenuntergang Morgen Zeit. Stimmt doch, oder? Ah, Mann, sie waren so nah dran. Ja, gute Idee. Ursula ist spurlos verschwunden. Mit dem Prinzen stimmt doch was nicht. Okay, jetzt reicht's. Halt! Der Vertrag ist doch ein Witz. Jetzt reicht's aber wirklich. Das glaubst nur du! Es ist aus, Ursula. Na also! Ein neuer Pfad hat sich aufgetan. Das heißt? Die Fische in Nachbarswellen sehen immer viel schöner aus. Bei jedem Wetter ist es viel netter und bietet mehr. Manches habt ihr selbst geschafft und manchmal helfen wir. Aber das Exil stand dir! Das glaube ich nicht! Geschafft! Wir helfen dir, dann kann nichts passieren! Da täuscht du dich! Die sind bereits Geschichte! Dieser Ort hier klingt nach Ärger. Finden wir es heraus. Hey! Wen nennst du hier Quellgeister? Für dich immer noch Sora, Donald und Goofy. Vergiss das nicht! Wir dürfen also nur ein paar von euch verkloppen? Keine Chance, wir können sie nicht besiegen. Ah! Danke für den Tipp, Carlo. Wir kümmern uns um sie. Los, geh in Deckung! Hä? Ein Pirat? Bitte, Käpt'n. Wir sind Sora, Donald und Goofy. Natürlich nicht. Keine Ahnung, wir kennen ihn noch nicht lang. Wir halten sie auf! Gib uns ein Zeichen, sobald das Schiff bereit ist! Das Signal! Ich frag mich, was Jack tun würde. Klingt vernünftig! Ah! Dann müssen wir eben kämpfen! Das war's für die Piraten! Jack! Fiese Bande! Alles klar auf Deck! Ahoi! Einen feinen Schatz habt ihr da! Sora! Wer sind hier die echten Piraten? Jack! Na los! Jack! Viel Glück, Jack. Schön für die beiden. Äh, ich, ich werd doch nicht rot! Wisst ihr? Nen Moment lang, da dachte ich, Donald könnte schwach werden und dem Fluch des Schatzes zum Opfer fallen. Jack! Das heißt Sora, Donald und Goofy. Ei, ei. Die Organisation. Hier kommen wir ins Spiel. Es war also die Organisation. Wir kümmern uns um ihn. Hä? Und jetzt zu dir. Ei, ei. Wir haben keine Zeit für Regeln. Ah! Du hast schon wieder ein Medaillon geklaut. Das löst noch immer nicht das Geheimnis. Ja. Wir gehören hier nicht her. Wann sind wir bloß wieder zu Hause? War bloß ein Scherz. Gut, dass der Fluch nicht auch uns traf, was? Woher weißt du das? Macht vier Medaillons. Wir haben alle beisammen. Wahrscheinlich in Port Royal. Die Organisation ist hinter den Herzen der Menschen her. Also wird sie dort sein, wo viele Menschen sind. Gut, dann wollen wir mal. Keine Bange, Jack. Wenn wir das Monster besiegen, bist du bestimmt erlöst. Schon besser. Er gehört zu einer Organisation, die Herzen sammelt. Zuerst schicken sie Herzlose in verschiedene Welten. Wir besiegen diese Herzlosen und sie kriegen die gesammelten Herzen. So endet der Teufelskreis nie. Wir müssen ihren Stützpunkt finden und sie ein für alle Mal besiegen. Hm, wie schade. Wir dachten tatsächlich, du hättest dich vielleicht geändert. Hä? Gut, in Ordnung. Du hast doch deine Black Pearl, Jack. Nicht doch. Auf baldiges Wiedersehen, Captain Sparrow. Hey, vielleicht ist ja Rico bei Ihnen. Gib's zu, Donald. Du hast doch das Gleiche gedacht. Das riecht nach einem neuen faulen Trick. Frei wie ein Vogel also, was? Na, woher kommen die nur alle? Hier lang. Jasmin. War doch nichts Besonderes. Aber wie es aussieht, fühlen die Herzlosen wieder Böses im Schilde. Können wir euch irgendwie helfen? Hm. Warte doch. Yago ist nicht... Na, bravo. Gute Idee. Ich frag mich, was er so getrieben hat. Was ist passiert? Wow. Sieht echt wertvoll aus. Puh. Raus hier. Gut gemacht, Yago. Na. Oh. Ich glaube, es wird Zeit zu gehen. Ganz sicher. Ich verspreche's. Was ist denn los? Jafar? Hallo, Genie. Au, ja. Ho, ho. Wie gerufen, Teppich. Das Spiel ist aus, Jafar. Spar dir das. Yago, du wolltest unser Freund sein. Aber du hast ein doppeltes Spiel gespielt, um auf der Seite des Siegers zu stehen. Wer hat dich denn gefragt? Oh. Ratten können sich eben durchbeißen. Du musst Agrabah wieder aufbauen. In Agrabah herrscht wieder Ordnung. Und du benimmst dich gefälligst. Kapiert? Nein, das siehst du falsch, Yago. Freunde müssen nicht zu was Nütze sein. Die Hauptsache ist, dass man zusammen einfach Spaß hat. Darauf kommt es an. Spaß muss sein. Werden wir nicht. Das hier ist Halloween Town, stimmt's? Hey, das ist der Zero. Wie geht's dir, mein Kleiner? Wofür ist denn das? Frohe Weihnachten? Du meinst wohl frohes Halloween? Niki Graus? Ein Weihnachten im Halloween-Stil. Sehen wir's uns mal an? Oh! Den Nikolaus treffen? Hä? Was für Kameraden? Die gehören definitiv nicht zu uns. Aber Donald Goofy und ich schaffen sie dir vom Hals. Und dann besuchen wir Nikolaus. Los, die Arbeit ruft. Wir machen das. Na los, mach sie auf. Ja. Woa! Oh! Oh! Hier auch? Wow! Äh, Sora heiß ich. Ah! Hast du was angestellt? Los, Jack. Fang wir die kleinen Schlingel. Da sind sie! Oh! Ah! Alles klar, Weihnachten ist gerettet. Und schon ist der voll bei der Sache. Wir müssen jetzt los. Ja, stimmt. Das hat er gesagt. Mach ich aber... Wissen sie, wo ich Riku finde? Alles klar. Du hast sie rein zufällig gefunden. Aber du konntest dich nicht von dem Kostüm trennen. Gestohlen? Ihr drei habt sie also geklaut. Du, Jack? Ja, wir warten nur noch auf Jack. Die Zeit drängt. Wir müssen jetzt los. Schst. Warum müssen wir der Köder sein? Erwischt! Ich verstehe nur nicht, warum die Schöpfung des Doktors rumläuft und Weihnachtsgeschenke klaut. Nikolaus glaubt, dass sie vielleicht ausgebüxt ist, um ein Herz zu suchen. Aber wenn sie ein Herz wollte, warum ist sie dann rumgelaufen und hat Weihnachtsgeschenke gestohlen? Hm, also so betrachtet? Jetzt fühle ich mich richtig schlecht. Jack, es geht doch nicht um Schachteln oder Schleifen. Der Inhalt ist es, was zählt. Ich hab ihr vielleicht noch nie ein richtiges Geschenk gemacht. Naja, das macht die Entscheidung auch so schwer. Von Herzen. Ach ja? Hey, gut sehen wir aus. Aber die Gegend ist ein bisschen unheimlich, was? Herzlose? Ja, stimmt genau. Äh, wir haben aber nichts zu essen mitgebracht. Äh, 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 wow! Keine Ahnung, was das sollte, aber nochmal mit heiler Haut davongekommen. Auf vier Beinen ist alles viel schwerer. Denkt ihr, was ich denke? Überlass das uns! Herzlose, keine Frage! Hast du hier noch andere Herzlose gesehen? Sag, weißt du, ob vielleicht jemand namens Riku dort ist? Oder ein paar Schurken in schwarzen Kutten? Oder vielleicht ein fieser, großer Kerl namens Carlo? Ach, ach egal, wir können ja trotzdem mal dort nachsehen gehen. Wir kommen schon klar. Du hast doch gesehen, wie wir diese Herzlosen gerade besiegt haben. Dieser Typ ist also euer jetziger König? Du willst, dass wir euren König entthronen? Warte mal kurz. Wir können nicht einfach so Könige vom Thron stoßen, wo wir hinkommen. Ich meine, wenn sie sehen, dass ich stärker als ihr König bin, bieten sie mir vielleicht die Krone an, was dann? Dann müsste ich natürlich ablehnen. Trotzdem, ich würde gerne das geweihte Land sehen. Also sollten wir ihn unter die Pfoten greifen, ja? Sie geht voraus und erzählt den anderen von uns. Wir sollen sie an einem Ort namens Königsfelsen treffen. W-was denn? Stimmt was nicht? Soll heißen... Ach nein, schon in Ordnung. Da ist Carlo! Was machst du denn hier? Wir sind keine Beute! Wir schaffen das nie! Was? Wer hat euch das erzählt? W-warte! Simba! Ich... Ich bin's... Sora! Donut und Goofy sind auch hier! Okay, wir helfen dir! Simba, warte! Das ist Nala! Erkennst du sie denn nicht? Wollen wir nicht, aber du bist doch ein Schwein, oder? Matata! Simba, schnapp du dir Ska! Wir kümmern uns um diese Typen! Wo ist Simba? Das ist sein Kampf, Donald. Du hast es geschafft! Wir müssen jetzt für eine gewisse Zeit Abschied nehmen. Aber das fällt denn unter Hakuna Matata, stimmt's? Keine Sorge, seine wahren Freunde vergisst man nie. Hallo? Hallo? Wie geht's Simba so? Das reicht jetzt! Besuchen wir Simba und finden es raus! Ska? Was? Du Simba, komm, tun wir uns zusammen und unternehmen was gegen diesen Geist von Ska. Alle machen sich deswegen Sorgen. Jetzt kannst du ihnen zeigen, was wirklich in dir steckt. Schon gut. Ja, du sagst es! Ja, du schaffst das! Genau! Genau! Wow! Klar, wisst ihr was! Simba, tu was! Wo willst du hin? Simba! Du meinst, Simba ist noch immer so unsicher? Hm. Wir sollten nochmal mit Simba reden. Auf! Zurück ins geweihte Land! Simba! Aber Simba! Aber Simba, das erwartet auch niemand von dir. Du kannst nicht Mufasa sein. Nur du selbst. Alle glauben an dich als König. Sie wollen nur sehen, was in dir steckt. Und wenn jemand sagt, er würde deinen Vater vorziehen, dann nur, weil du erst am Anfang stehst. Dann hör auf zu jammern und tu was! Na gut. Ja, wozu hierbleiben, wenn er's nicht mal versuchen will? Komm, Goofy! Der zaudernde König wird von all seinen Freunden verlassen. Oh, Simba, der untätige König! Du hast es geschafft! Der Geist ist weg! Geht das schon wieder los? Werden deinen Worten auch Taten folgen? Schon zur Stelle! Großartig, Simba! Jetzt und immer da, euer Majestät! Simba scheint am Ziel! Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, solange ich das Schlüsselschwert habe, muss ich wohl weiter kämpfen. Niemals auf ein baldiges Wiedersehen. Macht's gut, alle zusammen. Hey, zeig denen, wer hier der Boss ist! Wer sind Sie denn? Ein herzloser Commander? Okay, Sie sind der Boss, ich hab's kapiert. Leute, was ist das hier überhaupt für eine Welt? Eines was? Habt ihr das verstanden, Jungs? Ich bin Sora. User? Der MCP? Und wie kommen wir hier raus? Also, was sollen wir für dich erledigen? Soll heißen? Okay, dann müssen wir eben deinen User finden und ihn fragen. Wie heißt der denn? Ansem? Gut, aber Tron, Ansem ist... Spielraster? Na dann, keine langen Vorreden! Tron! Ah, Tron! Na, um dir das Kennwort zu geben! Tron, alles in Ordnung? Ah! Ah! Könntest du mir bitte sagen, was hier los ist? Freunde helfen einander eben! Freunde helfen einander eben! So einfach ist das! Ah, Vorsicht! Das würde Ansem so wollen? Hör zu, Tron! Wir haben das Kennwort nicht von Ansem! Wir haben es gefunden, in unserer User-Welt! Rein zufällig! Und noch etwas! Ansem war unser Feind! Besser gesagt, das ist er wohl noch immer! Wie meinst du das? Schon gut, aber jetzt verstehe ich gar nichts mehr! Zugangskanal? Danke, Tron! Pass auf dich auf! Klasse! Genau der Ausgang, den wir gebraucht haben! Ja, hoffentlich! Auf zum Spielraster! Klasse! Das Terminal funktioniert! Tron! Halt durch! Aus dem Weg! Leon! Mach's schon! Na also! Heißt das, wir sind bereit? Doch! Zeit, den digitalen Spuk zu beenden! Der schon wieder? Das Ding ist der MCP? Aha, du kannst dich ja auch richtig freuen! Kein Problem! Ich optimiere deinen Code, wenn ich wieder in der User-Welt bin! Wie seht ihr das? Ein tanzender und singender Tron! Das wär's doch! Äh, äh... Schon, aber ich mach's zum ersten Mal! Wohin willst du? Äh! Tron! Ob Puh wohl zu Hause ist? Tag, Puh! Wie geht's dir? Hoffentlich hast du auch immer genug Honig! Klar, ich mach mit! Hä? Äh! Puh! Puh, dir geht's gut! Bin ich froh! Äh, ja! Sag mal, wie geht's Ferkel denn so? Puh? Hallo! Puh! Hier geht etwas ziemlich Seltsames vor sich! Ich sollte besser schnell zurückgehen und Merlin fragen! Autsch! Ob Puh wohl hier ist? Ferkel! Halt durch, mein Kleiner! Spring runter, Ferkel! Ich fang dich auf! Du schaffst das, Ferkel! Ganz bestimmt! Du musst jetzt Mut beweisen! Ich freu mich riesig für euch! Oh! Ähm! Schon gut! Gern geschehen! Los! IA! Puh! Alles in Ordnung? Das ist echt schade, IA! Die ganze Arbeit umsonst! Puh, das ist IA! Du kennst IA doch, oder? Was ist denn bloß mit ihm los? Hm! Ich denke, einen Versuch ist es wert! Zuerst müssen wir Honig finden! Wow! Sieh mal einer an! Egal, was los ist! Puh hat jetzt andere Sorgen! Eins! Zwei! Drei! Das wär geschafft, Puh! Zumindest erinnerst du dich jetzt an IA und Rebbit! Hallo! Na los, ihm nach! Puh, da bist du ja! Puh, was machst du hier überhaupt? Und? Hast du ihn gefunden? Nein, das ist bloß dein Magen, der knurrt! Du musst sehr hungrig sein! Komm, gehen wir heim und sehen zu, dass wir etwas Honig für dich finden! Puh, du... Du erinnerst dich ja endlich! Puh! Ich auch, Puh! Alles klar, dann ab nach Hause! Was hast du hier überhaupt gemacht? Eine Möglichkeit, dass ich bleiben kann? Puh! Keine Sorge! Ich verspreche dir, dass ich dich hin und wieder besuchen komme! Ich werde immer bei dir sein! Hier! Du musst also gar nicht fort! Bleib einfach hier! Dann siehst du mich so oft du willst! Genau! Weiter nichts! Versprochen! Danke! Du auch, Goofa! Mach ich, Tigger! Ja, ich muss jetzt leider los! Und ihr alle seid... immer in meinem Herzen! Bis bald! Axel sagte, Kairi wäre im Schlosskerker! Donut! Goofy! Hä? Ein Schlüsselschwert? Wer... Wer bist du? Bist du etwa... Rico? Was hast du? Ja! 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 Du gibst ein gutes Pendant ab! Was ist gerade passiert? Oh! Er sagte, er hätte Rico besiegt. Der Typ in der schwarzen Kutte. Ja! Da hast du recht! Nicht? Und jetzt? Kairi! Nicht mehr lange! Kairi! Wo bist du? Wo ist Kairi? Was soll das heißen? Und das soll ich dir glauben? Aber Kingdom Hearts! Kairi! Runter von mir! Was ist hier nur los? Zeig dich! Roxas? Hey! Hat er mich gerade Roxas genannt? War's das bald mit dem Geschwafel? Warum hast du mich Roxas genannt? Warte! Nicht! Kairi! Bitte halte durch! Du hast dich verändert, Kairi. Aber ich bin froh, dich zu sehen. Es tut mir leid. Warte! Ansem! Ich meine Xehanots Herzloser! Nie im Leben hätte ich gedacht, dass wir uns wiedersehen. Wenn ich nur daran denke, was du alles getan hast, werde ich wütend. Aber... Aber du hast Kairi gerettet, stimmt's? Dafür muss ich dir dankbar sein. Danke. Kairi, was hast du gerade gesagt? Riku! Du bist es! Riku, du bist es! Ich hab dich gesucht! Ich hab dich überall gesucht! Warum hast du mich nicht wissen lassen, dass es dir gut geht? Dann... lass es uns beenden. Du bist und bleibst Riku, so oder so. Also, was sagt ihr? Hauen wir noch ein letztes Mal so richtig auf den Putz? Der König wartet schon. Was geschieht da? Du! Ich bin Zora! Ja, alles bestens. Wir müssen weiter. Schon wieder dieselbe Leier! Ich verstehe das nicht. Warum nennen die mich denn alle Roxas? Mein... Niemand? Aber das ist verrückt. Ich bin nie zu nem Herzlo... Ach ja. Stimmt. Roxas. Ich wünschte, ich könnte ihn treffen. Eure Majestät! Riku! Riku! Riku, willst du das nicht abnehmen? Wofür war die? Lügen? Und wen wolltest du zum Narren halten? Na? Na? Riku. Also wirklich, wieso wolltest du das alles eigentlich alleine durchstehen? Du hast doch Freunde, jede Menge sogar. Sag das nochmal! Was machen wir jetzt, Riku? Genau. Zusammen werden wir sie aufhalten. Aber... Niemals! Jetzt hör aber auf! Ihr seid niemanden! Ihr existiert gar nicht! Wozu also Trauer heucheln? Leute! Wo ist Xander's? Xemnas! Nicht! Xemnas! Willst du dich vor uns verstecken? Sei bereit, Xemnas! Alles endet hier! Wir besiegen ihn auch so! Xemnas! Ein Herz besteht nicht nur aus Wut oder Hass. Es birgt viele Gefühle in sich. Hast du das vergessen? Du kommst doch mit uns zurück, oder? Riku! So zum Beispiel! Hä? Äh... Ja! Hä? Hä? Riku! Auf geht's! Hä? Was? Riku! Deswegen wärst du noch lange nicht ewig! Wir haben's geschafft! Sag kein Wort mehr! Es ist nicht vorbei! Niemals! Ach was, Riku! Du warst einfach zu lange in der Dunkelheit! Versuch doch positiv zu denken! Hm? Ja! Echt? Hm? Nein! Ich fand eigentlich auch immer, dass du alles besser kannst als ich! Riku! Schau! Was ist das für ein Licht? Ja! Vielleicht hat die Dunkelheit auch Besitz von mir ergriffen! Riku! Riku! Ja! Die andere Seite? Das Reich des Lichts ist jetzt sicher! Kairi, der König und die anderen sind dort! Hm? Wieso denn? Naja, aber auch ich hab mit Problemen zu kämpfen! So sein zu wollen wie du! Ach ja? Was denn? Na dann! Bin ich auch mit mir zufrieden! Ich hab dir nämlich genauso was voraus! Hm? Ich denke stets an dich, wo du auch bist! Wir beten, dass all die Sorgen schwinden! Und hoffen, dass unsere Herzen verschmelzen! Nun schreite ich voran, um diesen einen Traum zu verwirklichen! Aber wer weiß! Die Tür zum Licht! Wir gehen gemeinsam! Bis zum Licht! Bis zum Licht! Bis zum Licht! Untertitelung des ZDF, 2020